Bei jedem Bild, das wir betrachten, spielt auch mit, was wir darüber wissen. Das Licht ist dann um diese Uhrzeit, also so zwei, drei Uhr morgens, ist es sehr, sehr farbig. Und es verändert sich aber dauernd, das heißt, die Farben verändern sich unaufhörlich. Aber man hat alle zehn Minuten andere Farben. Und als das dann so ruhig war, das war natürlich der Idealzustand. Es ist relativ selten, dass das Wasser so richtig glatt ist und man dann wirklich eine fast perfekte Spiegelung hat.